Liebe Remedy-Cool-Partner, wir freuen uns, Ihnen das nächste große Update der Remedy-Cool-Software präsentieren zu dürfen. Mit dem Next-Level-Software-Update erwarten Sie neue Funktionen, die den Umgang mit Ihren Kunden revolutionieren und Ihr Creo & Longevity Center auf ein neues Niveau heben werden. Ab September 2024 stehen Ihnen innovative CRM- und Marketing-Tools zur Verfügung, die nicht nur neue Möglichkeiten zur Neukundengewinnung und Kundenbindung bieten, sondern auch tiefere Einblicke in die Performance Ihres Zentrums ermöglichen. Zu den Highlights des Updates gehören der einzigartige Marketing-Manager, Push-Benachrichtigungen, detailliertere Auswertungen und spannende Features wie Treuegeschenke. Neu hinzu kommen folgende Features. Neue PIN-Vergabe für Mitarbeiter. Wenn ein Mandant diese Einstellung aktiviert, kann für jeden Mitarbeiter ein persönlicher PIN vergeben werden. Bei der Verbuchung einer neuen Bestellung muss der Mitarbeiter seinen Account über einen Dropdown auswählen und seinen eigenen PIN eintragen. Dies ermöglicht eine genauere Nachverfolgung, welcher Mitarbeiter welche Buchung wann vorgenommen hat, unabhängig davon, wer gerade in der Software eingeloggt ist. Terminbuchung nur mit gültigem Produkt auf Kundenbasis. Im Kundenprofil kann festgelegt werden, dass Termine nur gebucht werden können, wenn der Kunde ein gültiges Produkt hat. Dies hilft, den Missbrauch von Timeslots zu verhindern, da Kunden, die Termine blockieren oder kurzfristig stornieren, nicht mehr wie gewohnt vorgehen können. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Zugang zu unserem Schulungs- und Trainingstool, den RemedyCool Campus. Dieses bietet Ihnen Ausführliche Videos zur Nutzung der RemedyCool Software. Schulungs- und Trainingsvideos für Ihre Mitarbeiter. Exklusive Inhalte für RemedyCool Nutzer. Haben Sie Fragen zur RemedyCool Software? Unser Team steht Ihnen jederzeit für alle Fragen zur Software-App und dem RemedyCool Campus zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.